Wir haben gesehen, wie wir mit Ansichten arbeiten können und jetzt wo wir diese Basis haben, können wir auch auf ein anderes Thema überspringen. Das sind die sogenannten WebArts. Also WebArts, das sind kleine Blöcke, die auf einer Seite angezeigt werden und Informationen von anderen Bereichen zusammenfassen. Also es gibt unterschiedliche WebArt-Arten und wir werden uns das jetzt mal anschauen. Also wir sind jetzt auf der Startseite und das, was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist die Seite zu bearbeiten, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen, was jetzt WebArts sind. Ich sehe hier, dass ich verschiedene Bereiche habe, wo ich einfach einen Text hinzufügen kann. Also diesen Text hier kann ich formatieren, ich kann hier Tabellen hinzufügen, Bilder, Verknüpfungen oder Dateien. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Blöcke, also wie zum Beispiel die freigegebenen Dokumente hier, wo ich dementsprechend Informationen anzeige und sie von einem anderen Ort zusammenfasse. Und wenn wir darauf achten, die freigegebenen Dokumente hier, das sind eigentlich die Dokumente, die wir hier unter freigegebene Dokumente hochgeladen haben. Das, was wir hier sehen, also dieser kleine Block, das ist ein WebArt. Das WebArt, das ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner Baustein einer Seite, der freigeschalten werden kann. Und dieses Baustein, das bietet unterschiedliche Funktionalitäten an. Die, die am meisten genutzt werden, das sind einfach diese Listen WebArts und Bibliotheks WebArts, die Inhalte von einer Liste oder Bibliothek auf einer Seite darstellen können. Es gibt dann auch viele andere WebArts, die eigene Logik hinzufügen, aber die werden wir uns jetzt heute nicht anschauen. Für mich ist nur wichtig, dass die Grundlogik der WebArt klar ist, weil das wiederholt sich dann von WebArt zu WebArt. Also was muss ich denn wissen, um mit WebArts umgehen zu können? Also die wichtigsten Operationen, also hinzufügen, bearbeiten und löschen. Beginnen wir doch mal mit dem Löschen. Also wenn ich jetzt die Seite bearbeitet habe, kann ich das WebArt auswählen. Das macht man am besten, indem man hier neben den Titel klickt. Dann sehe ich auch wieder, dass die Ribbon Bar sich anpasst und hier unterschiedliche Tools anbietet. Eins davon ist auch das Löschen. Das, was ich aber empfehlen würde, ist einfach hier auf einen kleinen Pfeil nach unten zu klicken. Und hier haben wir auch nochmal die Operationen. Ich kann hier ein WebArt löschen und ich kann ein WebArt bearbeiten. Wir löschen es jetzt. Wenn ein WebArt gelöscht worden ist, dann ist es weg. Das heißt, es wird nicht in den Papierkorb verschoben. Und was auch wichtig ist zu sagen, ist, die Daten selbst sind ja nicht verschwunden. Also die Daten sind immer noch in der Bibliothek, aber die Ansicht auf diese Daten auf dieser Seite ist einfach gelöscht worden. Um das wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise ein neues WebArt hinzuzufügen, wähle ich einfach die Stelle aus, wo ich das WebArt haben möchte, klicke auf Einfügen und wir sehen hier die Einstellung WebArt. Wenn ich da drauf klicke, dann bietet er mir eine lange Liste von WebArts im sogenannten WebArt Katalog. Das, was wir heute behandeln werden, das sind die Listen und Bibliotheken. Wir haben hier aber auch andere WebArts, die für unterschiedliche Funktionalitäten einer SharePoint-Seite genutzt werden können. Aber man muss auch ganz offen sagen, dass ungefähr 90% der Fälle immer die Listen und Bibliotheken genutzt werden. Also ich sehe hier, das sind die Listen und Bibliotheken von meiner derzeitigen Seite und ich möchte zum Beispiel nochmal die freigegebenen Dokumente hinzufügen. Dann klicke ich hier auf Hinzufügen, es dauert einen Augenblick und dann müsste ich sofort jetzt wieder die Bibliothek sehen, freigegebene Dokumente mit den Inhalten. Wenn ich jetzt auf Speichern drücke, dann habe ich die Änderungen so geändert, dass sich jetzt auch jeder andere Benutzer dieses WebArt auch sehen kann. Wenn ich jetzt Anpassungen durchführen möchte, dann kann ich natürlich Anpassungen durchführen, indem ich andere WebArts hinzufüge, wie zum Beispiel jetzt die Ankündigungen. Dann hier auf der rechten Seite fügen wir doch auch die Aufgaben hinzu. Und was ich jetzt sehe, wenn ich jetzt das in dieser Form mache, dann sieht die Webseite jetzt nicht optimal aus. Also die Informationen, die ich hier sehe, die sind nicht schön zusammengefasst. Ich müsste hier ein paar Optimierungen durchführen. Am besten sieht man das auf jeden Fall bei der Aufgabenliste hier auf der rechten Seite. Ich sehe hier alle Aufgaben, die gerade offen sind. Und es macht eigentlich wenig Sinn, in einem Anwender auf der ersten Seite alle Aufgaben zu zeigen, weil er kann ja gleich so gut hier auf der linken Seite draufdrücken. Also die Idee von der ersten Seite ist immer, einen Überblick zu verschaffen von den wichtigsten Informationen. Und eine wichtige Information könnte zum Beispiel sein, zeigen wir bitte alle mir zugewiesenen Aufgaben. Das ist für den Benutzer selbst sinnvoller und ist auch effizienter. Das ist für den